Donnerstag startet der neue Bond. Wollen wir uns den mal angucken? Neuer Bond? Wieso neuer Bond? Den mit Daniel Craig. Seit einem Jahr warten wir drauf. Pierce Brosnan ist James Bond. Da gab es noch ein paar andere Bond-Darsteller. Also George Lazenby, Sean Connery, Timothy Dalton, Roger Moore, Pierce Brosnan und Daniel Craig. Wir holen das mal kurz nach, ja? Ja, ich glaube auch. Also auf jeden Fall bekehrt, Daniel Craig ist mit Abstand der beste Bond in dieser Reihe. Also egal ob Skyfall, Casino Royale, das ist Wahnsinn. Und ich freue mich auf noch mehrere weitere Produktionen. Jetzt kommt ja gerade sein Neuer, der keine Zeit zu sterben kommt, jetzt in die Kinos. Ich freue mich schon drauf. Was? Schlechte Nachrichten. Nein. Was denn? Es ist sein letzter Auftritt als Bond. Nein. Hat er gesagt? Möchte ich aber nicht. Nein. Hat er gesagt? Nein. Jetzt reiß ich zusammen. Ja. Nimm es wie ein Mann. Dann mache ich uns Alkohol. Ja. Als Tribut für Daniel Craig machen wir heute den original 1935er Casino Royale Vespa Martini. Dafür nehmen wir uns 3 CL Gin. 1 CL Wodka. Und anstatt Martini, wie beim bekannten Bond Vodka Martini, Lillé. Als Ersatz. Einen halben CL ungefähr. Das wird geshakt. Und ins Glas umgefüllt. Und laut Bond trinkst du danach gar nichts anderes mehr. Dann würde ich mal sagen, auf Daniel Craig. Auf Daniel Craig. Gibt es dann jetzt schon irgendwie eine Nachfolge oder so? Oder ist da irgendwer in Planung? Till Schweiger. Mein Name ist schon gespunt. Also bist du für einen deutschen Bond quasi? Ich finde, es ist mal Zeit für einen deutschen James Bond. Da gibt es so coole Leute. Dann würde ich Elias Herrn Barek einwerfen. Doch. Genau. Heuleise, Manni Paddy. Nein, aber er passt doch richtig schön in das Bild rein. Also er sieht doch schneidig aus. Jan-Josef Liefers. Mit Roche im Mund. Quasi als Anspieler auf Golden Eye oder so. Genau, Golden Eye hat er im Mund. Ja, hat auch was. Finde ich gar nicht so schlecht. Wen haben wir denn noch? Florian David Fitz. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ja, der hat doch schon so einen Film gespielt, wo er halt eben Tourette hatte. Das könnte ihm bei Bond gut helfen. Und er hat neben Schweighöfer bestanden. Genau, Schweighöfer wäre natürlich auch so ein bisschen was halt eben. Der würde nicht schießen, der würde Witze erzählen halt eben. Der würde ein ganzes Leute lachen halt eben. Leute in Grund und Boden lachen halt eben. Manuel Neuer. Genau, fängt jede Kugel. Ja, genau. An mir kommt keine Kugel vorbei. 2.000 Jahre später. Äh, Daniel Brü. Nee. Oliver Pocher. Sascha Hehn. Nein. Ich hab was. Daniel Craig. Das ist eine Idee. Ja. Daniel Craig. Ja.